Rettung in letzter Sekunde. Ein Autofahrer gibt aus Versehen zu viel Gas, mit schwerwiegenden Folgen. Sein Fahrzeug rast unkontrolliert in einen Swimmingpool, geht in Sekunden unter. Der Mann kann sich nicht allein befreien, doch Rettung naht. Ein Polizist springt auf das Auto, schlägt das Dachfenster ein und rettet dem Fahrer so in letzter Sekunde das Leben. Der Mann saß alleine in seinem Wagen, bleibt unverletzt. In den sozialen Medien werden die Beamten jetzt gefeiert. Fantastischer Einsatz, heißt es da. Gut gemacht, Helden. Und was für ein toller Polizist.